Furry Gang, Furry Gang, Furry Gang, Furry Gang Hi ho meine Flauschies, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir einen Sondergast geholt, den ihr wahrscheinlich jetzt im Videotitel sehen könnt. Wir haben eine Menge Szenen gedreht und eine Menge Spaß gehabt. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß bei diesem längeren Ask Arke. Und jetzt genug geschwafelt, lasst uns loslegen mit diesem Ask Arke Video. Was habt ihr vom Nikolaus bekommen? Oh mein Gott, da habe ich ein Jahr drauf gewartet. Wir können jetzt nicht unsere Versions waschen. Ja, oh mein Gott. Was ist ein Quinoa? Quinoa, auch Reismeldes, eine Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße in der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Die kleinen, durchschnittlich ca. 1-2 mm großen und ca. 1-5 mm schweren einsamigen Nüsschen dieser Pflanzen sind in diesen Hochregionen ein wichtiges Grundnahrungsmittel der Bergvölker. Es sind neben rein weiblichen auch zwittrige Blüten vorhanden. Die jungen Blätter sind an der Unterseite oft fein behaart. Die Blätter sind vierseitig wechselständig. Mit einem an der Oberseite geriffelten Stiel. Einfach, dicklich, bis 15 cm lang und bis 8 cm breit. Anfänglich grün, später gelb, violett oder rot. Wo bleibt ein Let's Play mit Arke Stuhl? Dürfte ich dich ins Ohr pieksen oder sogar in den Schwanz beißen? Hey Ki, darf ich dich pieksen oder ins Ohr? Äh, 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 ja. Okay. Au. Darf ich dich vielleicht auch in den Schwanz beißen? Äh, nein, da fuck. Okay. Aber, aber... Hallo. Hallo. Salud. Sind hier Ergut und Haiduk? Schon mal an eine Kissenschlacht gedacht? Äh. 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 Bist du eigentlich wild? Äh. Äh. Äh, das ist, das ist delikatestes wild. Äh, es fehlen nur noch die Weißweinsauce und, und Preiselbirnen. Äh. Kannst du mal bitte aufhören, mein Tail zu fressen? Äh. Nein? Wenn du eine Wahl hättest zwischen allen Superhelden, welcher wärst du? Ich bin Stuhlman und ich werde dich mit der Kraft des Sarutans reinigen. Gib mir diesen Stuhl, ich brauche ihn. Nein. Doch. Ah. 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 Wie sieht Weihnachten bei Furries aus? Sag rotan, sag rotan, sag rotan fürs Feld. Riecht ganz gut und hält uns frisch auf Gott und im Duell. Hey. Ah. Ah. Oh, wie seid ihr auf Furries gekommen? Besser gesagt, wer war euer erster Furry, den ihr kanntet? Hm. Was? Ich? Äh. Äh. Schüsse? Wo singt zusammen? Fury Gang, oder so? Wu oder Ohu. O vor oder A WU? Homeric. Furry gang, furry gang, furry gang, furry gang. Furry gang, furry gang, furry gang, furry gang. Furry gang, furry gang, f amis catchy, furry gang, furry gang, feros. Furry gang, furry gang, furry gang, furry gang, furry gang. Furry gang, furry gang. Wie würde es sich anhören, wenn Acaban mit Darth Vader Stimme sprechen würde? Ich meine mal ernsthaft, könnt ihr euch mich mit einer Darth Vader Stimme vorstellen? Luke, ich bin dein Vater. Ihr wisst doch ganz genau, dass ich ein flauschiger Kerl bin, der extrem fluffig ist und versucht immer für euch die flauschigsten und tollsten Videos zu produzieren. Seht ihr, das klingt völlig unauthentisch. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass ich wie Darth Vader klingen sollte. Wenn man dir den Kopf streichelt, tust du dann auch dein Bein so bewegen wie ein Hund? Oh, du bist so ein feiner Wischung. Ihr jungen Leute da oben mit euren neumodischen Furifu-Suits, könnt ihr da mal aufhören? Ich mach mir jetzt erstmal was ich kann. Was passiert, wenn ihr beide zu Hause kein Essen mehr habt, aber Hunger bekommt? Oh Gott, ich hab so Hunger. Ja, ich auch. Ah, ich hab ne Idee. X! Moment, 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 Moment. Ich hab ne bessere Idee. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben einfach so unfassbar viel Arbeit in die Sketchle gesteckt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt und ich bin satt gefressen an seinem Tail. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, das wäre richtig awesome. So, einmal ein riesiges Danke an meine beiden ultimativen Flauschi-Patrons. Brotbruder und Grey the Furry. Übrigens, für euch zu Info, Brotbruder war vorher Bleeding Cake. Und meine unglaublich fluffigen Flauschis. Black Wolf. Eno, Preen, Paco, Laskfox, Freezy, Percy, Dabarth, Ceros, Razor, Wolfralle und Toni. Nicht zu vergessen natürlich auch alle weiteren tollen Flauschis. Ihr seid super und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß das gerade sehr zu schätzen. Und ich kann euch sagen, das Buch geht vorwärts. Die ersten 10 Kapitel sind geschrieben. Also, es passiert etwas. Und ich hoffe, ich schaff's bis Ende des Jahres. Aber mal schauen. Über uns könnt ihr uns beide abonnieren. Das wäre natürlich super. Ich freue mich natürlich auch für jeden Abonnent, den ihr bekommen von euch. Und auf der Seite hier, hier rechts, kommt ihr zu anderen Videos. Nämlich zum Beispiel dem Video mit Gin, mit Ask Arke. Und zu meinem aktuellsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bleibt flauschig und habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao.